Und zwar Freunde, gibt es heute ein Weltrekord 3000 Mal Megabox Opening Battle. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Bisher noch gar kein legendärer Brawler, interessanterweise. Sechs verbleibende. Oh Frank, ich hab noch einen Brawler. Komm jetzt noch ein legendärer hinterher, auf Gehre. Und jetzt zieh ich noch ein legendärer. Aaaaaaah! Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle sieben Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, ihr seht es schon. Heute gibt es ein richtig krankes Megabox Opening Battle mit Jonas und mit Kevin. Was geht? Moin moin. Hallo. Moin. Und zwar Freunde, gibt es heute ein Weltrekord 3000 Mal Megabox Opening Battle. Es ist komplett geisteskrank. Leute, wir werden jeweils 1000 Mal Megabox in diesem Video öffnen. Insgesamt also über 3000 Mal Megabox, Freunde. Das ist mit Abstand das Weltrekord Megabox Opening. Und ja, ich habe den bisherigen Weltrekord sozusagen damit verdoppelt. Noch kein Mensch auf dieser Erde hat in einem Video so viele Megaboxen geöffnet. Wie machen wir das Ganze, Freunde? Es ist einfach zu krank. Aktuell gibt es noch zwei richtig kranke Angebote. Wir werden diese beiden Angebote jeweils auf 105 Accounts, ne, jeweils auf 35 Accounts öffnen. Insgesamt dann 105 Accounts. Das Ganze kostet dann ein bisschen über 4000 Euro einfach. Das ist komplett geisteskrank. Deswegen, Leute, lasst einfach einen Support da, lasst einen Like da. Ja, ich würde sagen, es ist wirklich nicht zu viel gefragt, wenn ich sage, 100.000 Likes wirklich auf diesem Video, Freunde. Für den neuen Weltrekord für die meisten Megaboxen in einem Video. Es wird komplett geisteskrank. Ich bin auch sehr gespannt, wie lange das Video gehen wird. Und ja, Freunde, ihr seht auf jeden Fall hier nochmal die Punkteliste eingeblendet. Ja, wie viele Punkte gibt es für was? Für sieben Verbleibende gibt es beispielsweise zwei Punkte. Für acht Verbleibende auch zehn Punkte sozusagen. Der ist halt einfach zu krank, Jungs. Und ich würde sagen, ihr könnt einfach mal direkt losstarten. Und ja, natürlich, Leute, Creator Code Lukas auch nicht vergessen. Na, Support muss sein auf jeden Fall. Damit solche krassen Videos natürlich auch weiterhin möglich sind. Ja, habe ich natürlich auch euch zu verdanken. Ich würde sagen, Jungs, starten einfach mal mit dem Mehrboxen-Angebot hier. 15 Megaboxen für 17 Euro. Ich würde sagen, let's go. So, Freunde, ich würde sagen, das 3000 Mal Megabox-Overling-Battle startet in 3, 2, 1. Go! Oh, mein Gott, ich bin so gespannt. Oh! Ah, lol. Hey, Leute, direkt geblickt, eine 1, WTF. Ja. Ja, kenn dir. Äh, was ist das für eine Count, Jonas? Ja, der gönnt mich. Ja, komm, öffne einfach, würde ich sagen. Oha. Star Power. Ich habe auch sechs Verbleibende, sehr, sehr nice. Oha, ich habe Byron. Loll. Oha, geht doch schon mal sehr, sehr krass los. Ich habe auch was. Und zwar die Biene. Auf jeden Fall sehr, sehr wild, Leute. Ich bin echt gespannt. Lukas, kann ich dich kurz unterbrechen? Kann es sein, dass du dein Mikrofon irgendwie lauter gemacht hast? Nee. Aber bei mir müsste saulaut. Ich habe halt schon Angst, wenn du gleich rumschreist. Ich muss mal ganz kurz die Lautstärke von meinem PC herunterstellen. Ich bin die Punkte für sieben verbleibende? Ja, ja. Zwei Punkte für sieben verbleibende gibt es auch noch Freunde. Ich kann auch gerne sieben verbleibende ziehen auf dem Ekar und wir kriegen uns ja gerade. Das ist halt, Jonas, ne? Was soll ich sagen, Bruder? Und sechs verbleibende, sehr, sehr nice. Wie gesagt, Freunde, das ist wirklich komplett krank. Ich bin auch so gespannt, wie viele Brawler werden wir heute ziehen. Ihr seht auch dann die Punkte natürlich immer hier eingebendet. Wäre am meisten Luck. Jürgen, es wird so nix. Du musst euch auch die schlechte Duos drücken da bei mir, ne? Weil ich immer nur Münzen... Achso, jetzt nicht mehr. Ja, ja. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir öffnen mal. Und... Ah, lol. Einfach mal Edgar. Sehr, sehr nice. Noch mal ein neuer Brawler hier. Ja, auch sechs. Soll ich einfach öffnen? Ja, ja, öffne, öffne. Frank. Oh, lol. Na, wir warten noch kurz auf Kevin. Wir warten noch mal sechs. Gadget. Oh, noch mal ein Gadget. So, Freunde, let's go mit dem zweiten Angebot hier auf jeden Fall auf dem ersten Account. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hab sechs. Oh, nice. Gönn dir, gönn dir. Kannst eigentlich drücken, würde ich sagen. Ich hab Gale. Okay. Hm, der Retner. Dann kommentierst du. Wie so ein Lehrer. Ich hab Gale. Ja, Gale. Der Retner hat schon öfter das öfteren Hallo gesagt in letzter Zeit, muss ich echt sagen. Weil er nur noch episch ist. Und deswegen nur drei Punkte. Ich hab auch was. Und zwar, LOL, let's go. Nice, nice, Leute. Der Ehrenbruder Mordes mit der Schaufel. Ey, ich zieh nur fünf. Könnt ihr mal, dass ich vorne liege, eventuell. Bin ich ganz sicher. So, ich hab noch 230 Gems, die ich natürlich auch noch ausgiebe. Und für den verbleibenden, das war's bei mir auf jeden Fall mit dem ersten Account. Ja, Jonas hat was. Und? Oh, ich hab Gale. Und der Retner, er hat auch den. Ich hab Gale. Okay, Fun, ich würde sagen, let's go, weiter geht's auf jeden Fall. Und für den verbleibenden habe ich. Oh, was? Ich hab vier. Oh. Ich hab sechs. Ich hab sechs. Ich hab ein Gadget. Okay, nicht optimal, sag ich jetzt mal. Ich hab sechs. Ich hab Jackie. Okay. Irgendwie, auf dem er kann ich noch gar nicht gezogen. Leon. Nee, fasst. Hahaha, Jörg. Bei Jonas könnte das halt wirklich die Reaktion einfach so sein. Oh, Leon. Leon. Okay, aber, Dinger, ich hab noch gar nichts gezogen. Äh, Leute, das ist Lu? Ich vergibst du. LOL. Das ist wie ein mythischer Brawler. Wow. Ja, ja, ja. Er sagt einfach nichts. Oh Mann, oh Mann, Freunde. Ich hab Leon gesagt. Ich hab schon geschaut. Oh, Jörg. Okay, lol. Ich hab aus dem ersten Angebot gar nichts gezogen. Ich hab packen. Und ich hab aus dem ersten Angebot nur Münzen ziehen können, weil ich außerdem auf dem falschen Account war. Ups, ich hab schon außerdem das nächste gekauft. Oh, lol. Moritz. Gönn dir Jonas auch nochmal fünf Punkte. Also der Account gönnt schon bei dir. Wobei ich legendieren Chance bekomme. Jungs, ich drück hier richtig durch. Achso, ich muss das kaufen, aber Lukas auch gerade das so. Kevin gönnt es für jeden Fall. Kevin, das ist das erste oder das zweite Angebot schon. War schon das zweite? Oh, ich hatte das Event. Ups. Oh. Zweite schon. Achso. Ja, ja, Kevin ist ja kaum noch zu bremsen, Freunde. Was geht denn hier ab? Ja, ich tue ihn. Oh, ich auch zieh mich. Lol. Okay. Oh, ich hab sechs vom Leib. Okay. Dann fang mal an beiden, würde ich sagen. Okay, Jonas. 3, 2, 1, go. Oh, Mann. Und 3, 2, 1, go. Max. Oh, let's go. Alter, nice. Ich hab Max. Beide jeweils fünf Punkte. Ey, wir haben echt viele mythische und chromatische schon gezogen bisher. Ich hab nochmal sechs. Ich hab ein Gadget. Okay, gern dir, ja. Und eventuell sind auch heute wieder mal vielleicht sogar neun oder zehn verbleibende Gegenstände möglich, weil wir haben... Ach, neul. So viele Boxen. Ja, so geisteskrank viele Accounts. Ups. Wie? Ja. Eigentlich müsste ich jeweils Upgrades noch machen, ne? Na, egal. Na, was ist denn? Okay, und jetzt noch hier die Mega Box auf jeden Fall im Shop, im normalen Let's Go. Aber, ne, da war ich auch nichts. Ich hab mir nichts. So, Freunde, weiter geht's auf jeden Fall. Ich hab fünf verbleibende Gegenstände. Und... Oh, no. Ich hab die Jenny. Ich hab sechs verbleibende. Und... Ich auch. Oh, Sprite. Sehr, sehr geil. Sprite. Sprite, ich hab nochmal sechs. Oh, Pieper. Oh, gönn dir Kevin. Ja, nochmal sechs. Und, oh, Sprite. Lol. Ausbraut krank. Ey, bis herrkern. Das ist ganz ziemlich krass, muss ich sagen, für die Box. Ja, ja, also schon ziemlich, ziemlich viele Brawler, vor allem für die Let's Go. Cool, aber die ist nur drei Punkte wert. Ja, ja. Sechs und... Ich bin auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt, wie viele Legendäre wir auch heute haben werden. Oh, so. Weiter geht's, Freunde. Let's go. Du hast leider gerade schon Probleme, die Angebote zu kaufen. Oh, man. Man sieht es auf jeden Fall. In der Zeit können Kevin nicht auch nochmal öffnen, würde ich sagen. Und ich hab Carl die Kloschüssel als nächstes. Okay. Vielleicht liegt es ja an deinem Internet, Jonas. Das war jetzt nicht. Let's go. Einmal fünf verbleibende. Und einmal sechs verbleibende. Und... Ah, ist es Daryl, Oll? Daryl. Das konnte ich noch ein Super-Selden entziehen. Aber okay. Genau. Dann gönn dir Jonas. Warten wir nochmal kurz auf Jonas, das dann auch nachgezogen ist. Ich mach jetzt maximales Tempo hier. Schneller, Jonas! Schneller! Aufs meisten Negaboxen in einer Minute oder so. Jaja. Neuer Weltreaktion, das kann auch ein Weltrekord sein. Jaja, da muss man so mit so zehn Fingern so... Kein Wach, Rade. Oh mein Gott, Junge Jonas. Ah, was war's denn? Lol. Gönn dir Edgar. Also, mach jetzt andere Boxen auf, das ist irgendwie satisfying. Oh, das war's. Okay, dann würde ich sagen, Freunde. Weiter geht's und ich bin sehr, sehr gespannt. Wir sind am vierten Account gerade. Das heißt, oh, ich hab sechs Verbleibende und... Oh, lol, let's go! Wieder fünf Punkte, ne? Oh, sechs. Right, shit. Oh, wieder sechs. LOL, genie in der nächsten. LOL. Let's go. Krieg's sich krank. Das ist unverdient. Oh, sechs. LOL, ich habe Gale. Ah, gönn dir, gönn dir. Digga, das ist echt heftig. Zwei Megaboxen, zwei Mütche. Mal entspannt. Du musst das Zehnfinger-System machen. Das kennt noch ein Tipp. Oh, Lalo. Lalo. Lalo sind noch drei Punkte, ne, glaube ich. Ups. Lalo sind fünf Punkte. So, weiter geht's, Freunde. Bin jetzt sehr, sehr gespannt. Bisher noch gar kein Legendärer Brawler, interessanterweise. Sechs verbleibende. Let's go! Ich sag's gerade doch. Haha, Junge. Bisher kein Legendärer Brawler und es kommt einfach. Digga, der hat so krank gegönnt, dieser Account. Zwei Mütze schon legen werden, ne? Mega nice. Ja, ist schon sehr wild. Leute, das gibt es zehn Punkte auf den Nacken, auf jeden Fall. Mega, mega nice. Ja, man. Das ist Top 10 Mütze, Spischem. Der hat so krass gegönnt, dieser Account. Oh! LOL! Ah, lol. Gönn dir. Surge, Surge, Surge. Und wieder sechs. Oh, sieben! Edgar. Ah, lol. Stabil, stabil. Aber keine Two Brawler. Two Gadget. Ah, lol. Ah, lol. Ah, lol. Ups. Da bleiben wir alles rein, Lukas. Nein, 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 das wird rausgeschnitten. Hahaha. Lukas, weißt du nicht zu schätzen. LOL! Oh mein Gott. Okay, alter. Es sind so viele mythisch am Start. Das ist echt, das finde ich auch komisch. Das ist echt krass. Ja, guck, wieder einmal. LOL, alter. Und sechs verbleibende? Nee. Star Power. Okay, wieder sechs. No, no, der pack, äh, Dings. LOL. Der pack. Oh, no, no, no. Let's go. Digga, wir ziehen so viele Brawler, das ist unfassbar. Wir müssen auch das Zehnfinger-System machen und öffnen, das ist easy. Ey, über den Spann kann ich schon mal mit dir aufgeben. Manche lernen Zehnfinger schreiben und wir lernen Zehnfinger Megapods öffnen. Okay, let's go, Freunde, es geht direkt weiter. LOL, zwei verbleiben, da hatte ich eben. Sechs. Mortis. LOL. Sechs. Pam. LOL. Ja, Kevin hat keine ganzen schlechten Accounts wieder am Start. Sechs. Ja. Oh, zwei Brawler. Einmal Pam. Oh, Brody. Und. Oh, let's go. Alter, sehr, sehr krank. WTF, fünf verbleibende, okay. Okay, 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 Leute, noch zweimal extra Megapods, ihr wisst das. Einmal fünf und einmal fünf. Einmal sechs. Sechs. Okay, Freunde, let's go. Wir starten rein. Nächster Account, ich bin sehr, sehr gespannt. Bisher bin ich der Einzige mit einem Legendären. Sechs. Get it. Echt krass eigentlich. Wie viele Legendären ziehen wir eigentlich mal tippen? Ich sag sieben. Sieben. Ja, ich sag sieben, gut. Gönn dir, gönn dir. Sieben, gönn dir. Was ist hier? Sieben, schon wieder. LOL. LOL, Edgar. Ah, gönn dir. Ich hab nichts gezogen, auf jeden Fall in den ersten Boxen irgendwie. Sieben, schon wieder. Hä? Er hat irgendwie jetzt zehn Punkte dadurch bekommen oder so. Ich bin auch sieben. LOL. WTF. LOL, ich hab so dreimal einen Tonner sieben gezogen. So, es geht direkt weiter, Freunde. Auch sechs Verbleibende. Und Edgar. Let's go. Sehr, sehr geil. Den Verbleibende. Den Verbleibende. Sechs. Verbleibende. LOL. LOL. Jonas, einfach. So. Ich tippe gerade mit vier Fingern, Alter. LOL, ich hab Iron. LOL. Gönn dir, gönn dir. Also ich hab auch Iron. LOL. Ich hab sechs. WTF, Mann. Leute, das ist komplett am eskalieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir jetzt schon alle haben, Alter. Also ich tippe mit sechs Fingern. Das ist krass. Okay. Hä, mit sechs? Wie machst du das denn? Boah, jetzt wird's ehrenlos, Jungs. Jetzt mach ich acht Finger. Ja, ich glaube, ich sag's, wenn du zehn Verbleibende skippst, ne? Sechs Finger. Ja, ich hoffe nicht. Oh mein Gott. Die zehn Verbleibende skippen. Du darfst nicht die zehn Verbleibende skippen, Kevin. Oh, ich hatte sieben. Ja, dann geht's schon, Kevin. Ja, oh, Edgar, let's go. Also, Edgar hat mir auch schon so aufgezogen. Schocken die zehn einfach. Sechs. Lol, Jackie, wow. Oh, Colette. Let's go. Das ist Crow. Ja, das ist anders angehört. Ja, aber es hält sich in Grenzen bisher mit Gadgets und so, bei mir zumindest. Das stimmt an mir auch, war. Hä, ist übel nice. Ja, ja, ja. Ich spreche bei Traktank. Das zeigt immer auch, dass wir Locker mit Potenzial für zehn Verbleibende skippen. Ja, ja. Jetzt hatte ich mal zwei Gadgets. Da bin ich raus. Ich hab sechs. Ich bin raus, ganz ehrlich. Ich hab die Kneippenschlägerin. Hauptsache, Kevin, das schon gleich tue ich mit dem Angebot, Digga. Ich hab mich zu einem gefallenen. Also, ich hab mich schnell die Boxen. Jungen, die Boxen gehen so schnell. No, ich hab Nani. Digga, wenn ich mir überlege, dass in mir pro Sekunde 15 Euro weg sind. Und let's go. Okay, nice. Aber du machst das auf gar keinen Fall nach, auf jeden Fall. Nee. Ich kann drei Mega Boxen kaufen. Ich kaufe nur zwei, weil das ist nicht bezahlt. Ah, ja, ja. Aber man muss sagen, das ist natürlich komplett Geistesgang, was wir hier gerade tun. Also, wirklich, mach das am besten einfach nicht nach. Mach das am besten einfach nicht nach. Mach das am besten einfach nicht nach. Mach das bitte nicht nach. 3.000 Mega Boxen aus der See gekauft. Ah, kenn ich mich. Ja, ja. Man weiß ja nie so. Weißt du, wie ich mein? Man weiß ja nie. Jungen, das ist ungerecht. 40.000 Gems, ne? Let's go, Freunde. Es geht weiter. Sieben in der ersten. Sechs. Jackster P. Mr. Peter, okay. Oh, cool. Ich hab' keinen Legendären. Ich hab' keinen Legendären. Nichts zufrieden. Sechs. Sechs. Gadget. Ich will jetzt einen Legendären. Oh, ich hab' sieben. Gönn' ihr? Gadget. Digga, beide noch keinen Legendären, ne? Was ist bei euch los? Ja, man. Ich zieh' nur fünf, Mann. Mensch, Mensch, Mensch. Freunde, muss ich aber auch sagen, ich bin dir die 1.000 Megaboxen. So nützt du eigentlich. Sieben! Ja! LOL! WTF! Okay, da ist tatsächlich der zweite Ding, der hat Glückwunsch, Kevin. Ja, Mann! Jedes Kapitäns, gibt zehn Punkte. Und Jonas, sehr gönn's ich, Buran. Was auf jeden Fall nice, Alter, Leute. Wirklich, lass' nochmal ein Like da, genau wie Crow. Mega heftig. Dann Kevin, drück' man hier nicht so gut, also ich vermiss' mir alles. Yeah! Sechs! Oh! Quall! Alter, Ali, Ali muss so viel verpixelt, immer, äh... Ja, oh, ja. Grüß' dir raus, Ali. Sechs und bleibende. Hm, nee. Sechs und bleibende, Gönn! Surge, Surge, Surge! Sechs und bleibende. Edgar. Let's go. Und sechs und bleibende. Byron! Let's go! GTF zieh' so viele Brawler gerade. Oh, ich drück' jetzt gleich wieder durch. Lukas. Oh, Pipa! Oh, Pipa! Ich bin zwei epische, wenn man kann. Und hier, wir spielen. Das geht direkt weiter, Leute. Let's go. Dödödödödöd. Ich hab' die ganze Zeit, zwei verbleibende hier. Ja, aber mir ist nur düdl düdel düdel! Sechs und bleibende! Sechs! Oh, ja! Oh, lol, das ist sehr selten, das wir super seltene ziehen. Oh, lol, nochmal Byron. Oh, lol! Colette. Colette. Colette, 6 verbleibende Gadget. das ist immer zu freilich ich hab sechs ich hab zwei über sechs ich hab frank sechs verbleibende aha jonas ich hab's dir schon gesehen ich hab ich noch tippt büro lol wieder sechs verbleibende und zuerst alter wie oft kam die bitte auch schon wieder sechs verbleibende die toilette kam schon oft ja das nicht okay letzte auf freunde es geht direkt weiter und mal nicht schlecht alter auch ich wollte ich auch eine kann auf die fahrer ich fühle mich wie so einen billigen klavier spiel 6 let's go es geht direkt weiter freunde schon wieder bayern rauszukommen kommt so krank auf alter bei mir das gefühlten super seltener gewohnt ja dann wirklich mehr mehr bei uns super seltener gezogen m6 weil genie können wir lenken das hat echt krass man das hat echt krass 6 leute es geht direkt weiter 6 bleiben oh ja 7 7 6 der gas genie schon wieder können wir es echt das ist wie so ein gemetzel einfach aber man haut einfach so ein bisschen an wie man auch die karte unterscheiden so ein bisschen finde ich ja das ist wirklich das nächste ah gönnt ja kevin nachschub sorgen oha edgar 7 schon wieder lol lol kolette häufig sind sie mir echt kolett glaube ich wahnsinn 6 verbleibende aber nichts und edgar edgar auch nicht so und ich habe mich auf die anderen aufgezogen ich will jetzt mal endlich wieder einen nice brawler ziehen so leute let's go weiter geht's lol 2 verbleibende habe ich hier immer ich bin auf meinem 100.000 gems zu kaufen die frequenz lol da kannst du ja gar nix ziehen eigentlich doch doch ich kann doch nix ziehen aber natürlich die neue ne 8 lol was ja ich bin ich bin schon mal 5 haha Junge haha lol ja gönnt ja mal kerne dann schauen wir zu ich hab 7 sekunden lol oh wild ah schade keine 10 rolle 3 1 catched achso oh lol lol und church fängt an immer nicht der legendärer ist und 321 go genie lol und byron heftig mann ich hab hier so null verbleiben die ganze zeit gab und ich habe geld händler die frage ist ab also wann wird jonas es schaffen hier legendärer noch mal zu ziehen habe ich ja sehr weißt du ja ich bin der wir insgesamt ziehen ich habe es auch 7 mit euch ist zu viel 7 können die jonas geht meint schaut mal wie schnell ich die box hier durch drücke auf dem akka achte ja okay jetzt mal was ich hatte immer null verbleibende die ganze zeit deswegen ich habe auch noch so 1000 gems drauf btf ok let's go freunders geht direkt weiter ich habe hier so ein account von nix ziehen ist irgendwie gefühlt krank mehr für den cutter zahlen als für das video soll ich stehen nein 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 mann ich ziehe nur star powers und alle boxen geöffnet max die auch gar nicht leute der nächsten legendäre zehn punkte sind am start ich habe jetzt beide male ich habe es beschwert und ob dann direkt so einfach warte ich teste das auch mal auf das funktiv ist das auch ich finde das so uncool ich ziehe auch kein legendären mehr mann das ist so uncool es hat funktioniert ich sage das ist so ein max out account das ist total unwahrscheinlich dass hier eigentlich das ist absolut heftig ja komm jonas beschwer dich noch mal so ein spiel ich werde nie wieder brause spielen wenn ich jetzt kein legendären bekommen ein legendären bekomme jetzt irgendwie jonas muss auf jeden fall noch mal wissen lag die haben freunde muss man ehrlich sagen ich weiß gar nicht wo tada kann man machen muss mir jetzt auch schon mal aufschreiben hier weiter geht's reiner let's go mit sieben oha wenn ja mit dem x account vielleicht gespannt jonas hat ja immer noch kein legendären jonas jonas beschwerde ich jetzt beschweren was euch sagen sagt das ist alles doof wenn ich jetzt nicht ja das alles doof ich ziehe euch auf ok jonas ist das muss so aus dem herzen kommen du musst du sagen muss sagen ja es kann das immer noch kein legendären habe und so und dann ja es muss ganz tief es muss von herzen kommen jonas das ist der unterschied jonas so ein müll ich glaube ich muss bros das deinstallieren wenn ich jetzt kein legendären ziehe ich bin so enttäuscht gerade oh let's go lu ja ne ich dachte grad schon ich denke mal kolett immer am anfang scroll ist das echt so schnell es geht machen jungen weiter geht's vorne let's go du musst das zehn finger system für dich entdecken das ist ja schneller mehr energie ja genau ich habe noch drei verbleiben jetzt habe ich vier jetzt habe ich drei habe ich vier und ich habe frank jetzt habe ich fünf ich müsste dagegen drücken 5.000 gegenstände durch ne pro dinge ist es also absolut greift man so nachdenkt 5000 gegenstände oder ein bisschen mehr sogar damit ein tausender mein gott jungen durch heute deswegen bewussten und deswegen müssen ein bisschen tempo hier warten dann schaue ich meinen merch verkäufe nach damit ich was habe was alles war das peter edgar er bist du mit dem account durch jonas ja jonas drückt echt gut durch muss ich schon sagen sechs schon wieder na nie gern der kevin auf jeden fall sehr so crazy oh mutti ich würde gerne wissen ich glaube wir sind alle schon bei so circa würde ich jetzt schätzen 200 punkte oder sowas aber 100 egal ist auch sechs omex kann ich drücken die achte ja 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 mordes nur kürzen beim 3.000 lg auf nur 35 gekauft ist ja ich habe sich geschaut sechs er ist doch fast ermöglicht die sich zu erzählen bei so vielen brawler und boxen sechs und bleiben muss das so machen was ich gehören der sechs und bleiben sieben sechs ich habe noch ein brawler und so weiter geht man warum kann man diese geld und sowas nicht auch so schnell durchskippen muss man immer so kurz warten jetzt kein brawler wird es oh ja ich bin gut drin ich tut mir leid was das verpixel angeht sieben ich weiß nicht was bei dir los ist jonas will talk ja jonas was machst du denn sieben kommen jetzt haben wir legendären hinterher auf ehre ja was 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 das ist wirklich unfassbar man kaum noch einen legendären auf ehre und boom herzlichen glückwunsch kehrer das ist unfassbar wirklich das was wir ja komplett ok 6 und ich würde echt mal interessieren im weltweiten ranking wo wir da stehen was ausgaben angehen sehr hoch wir stehen da somit ultra abstand ist auch platz 1 6 ja hallo ja wir sind noch nicht fertig das dauert noch so eine halbe stunde ja kannst du mir das nicht hoch bringen ja was ist denn ist das jetzt fertig oder was ich weiß ja nicht wie viel welche mängel du haben möchtest hast du viel hunger oder wenig ja so mittel bis viel dann bin ich mal so nett ja dankeschön so und jetzt ziehe ich noch einen legendären Was? 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 Oh. Mein. Gott. Digga, das ist unfassbar. Du, ich hab jetzt lach ein bisschen mit. Versteh das nicht, Mann. WTF, wirklich? Oh mein Gott, Digga. Ich hab glaub ich schon sechs Legendäre gezogen jetzt. Und zwei. Jonas, wir mussten Legendären auch mal ziehen hier. Ja, immerhin. Es geht weiter, Freunde. Es ist schon geistenskrank eskaliert, muss man ehrlich sagen. Ah. Noll. Endlich. Glückwun Jonas, let's go. Das war der Erste auf dem Account. Okay, macht auch Sinn. Ey, der Screen sieht schön aus. Ich mach mal einen Screenshot davon. Das ist sehr, sehr wild. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wild. Der Screen sieht so schön aus. Beste Reaktion auf den Legendären. Der Scalp sieht so schön aus. Ja, genau. Jaja, das ist bestimmt ne Pre-Intro-Cover. Ups. Ja, safe. Oh, ich hab Peter. So, noch zwei Megaboxen. Ups, so. Wie viele Kauts haben wir? AAAAAAAAHHHHH! Let's go! Der fünfte Legendäre! Ich hab den Accounts am Ende. Das war doch dieser extra Megabox. Wir haben jetzt insgesamt neun Länge Leere. Krank. Alter, Pookie denkt sich auch nur so, wenn er morgens auf sein Handy guckt. Was ist denn jetzt wieder passiert, während er weg ist? Echt? So, du denkst so, yo, was ist das für ein Clickbait? Ja, Leute. Auf jeden Fall. Man könnte denken, am Titel ist Clickbait, weil es einfach zu krass ist, aber es ist einfach real. Ja, wer weiß. Welches ist denn nicht real? Search. Digga, das Video, ich weiß nicht, wie lange das Video bereits schon geht, Freunde, während ihr das hier schaut. Colette. Aber ihr müsst mal, wenn ihr jetzt immer noch am Start seid, schreiben, Hashtag, ich bin immer noch dabei. Genie. So, geht weiter, Freunde, let's go! Sechs verbleiben! Oh, Pipa! Oh, Pipa! Let's go! Oh, Pam! Oh, Nani! Reitungsklimpern. Ja, Jonas, du musst erst mal ein Posenvideo aufnehmen. Sieben, schon wieder. Sieben, sieben, hallo, hier geht's ab jetzt, Jungs, guck mal. Ich kann so Dienstos machen. Luh! Hier geht's ab. Sieben! Sechs verbleibende. Ich kaufe jetzt ein Angebot. Oh, let's. Ich hab nur gay. Ich hab nur gay. Sieben! Oh, zwei Blömer! Einmal vier. Ah! Woah! Let's go! Ja, nix, Alter. Oh, viele Legendäre und ich bin hier so nebenbei. War das der zehnte Legendäre? Ja, zehnte. Kann eh sein. Fünf, ne, ich kann auch sagen, fünf Dings. Fünf, ähm, Kevin, Fiat Lucas jetzt und ich hab einen. Immerhin. Soweit ich weiß und ich bin nicht. Ich glaub schon. Hast du vier, Lukas, weißt du? Hey, was macht den denn? Und ich bin hier mit einem dabei. Was? Was? Das war der elfte, ne? Oh, mein Gott. Der sechste. Alter, Junge. Ey, es ist unmöglich, dass ich es einen hab. Also es ist ja wohl ein Scam. Ich kaufe mir wirklich gleich einen im Shop. Guck mal, ich könnte mir drei Stück im Shop und es kauften wir immer noch hinten von den Legendären. Ja. Ich hab sieben. Tara, let's go. Ah, das ist schon moderne YouTuber-Probleme. Ja. Immer schön trainieren. Ich hab die ganzen Megaboxen öffnet. Ich kann nicht mehr. Ja, okay. Ich habe Gales. Du musst es halt mal legen. Let's go. Wie wir da vor zwei Jahren drauf geschaut hätten, überlegt mal, wenn wir das gehört, mit 4.000 Euro so Megaboxen auf, Junge. 3.000 Megaboxen. 3.000 Megaboxen. Ja, im Video. Ja. Ich habe Edgar. Das ist eigentlich, das ist eigentlich wirklich unfassbar so. Ja, das ist echt. Als nächstes 10.000 Megaboxen. Boah, Junge. Boah, Junge. Ja, da bin ich dann aber raus. Die 100.000 Jams müssen eigentlich die 100.000 Megaboxen sagen, oder? Die 100.000 Megaboxen auf. 24 Stunden nur Megaboxen öffnen. Ja, du machst die jede Box so einfach langsam auf. Und das ist sogar 6 verbleiben. Lässt den Chat so raten, was so kommt und dann ist wieder ein Gadget. Lol. Oh, lol. Ah, lol. Krank. Ohne Witz, das kann man halt wirklich machen. Die Idee ist ganz gut, aber es wäre mir zu dumm. Der hat hier kein Box pro. Ja. Du kannst doch irgendwann einfach nicht mehr ausrasten. Da würde ich keine einzige Megaboxen noch mehr öffnen wollen, glaube ich. Lol. Oh, das ist ja zu groß auf dem Account. Ich habe jetzt schon 4 Brawler, ne? Not bad. 4, hä? Was hie ich? 5. Brawler. Goll. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Ja, ich bin jetzt ja 7, 8. Oh mein Gott, das ist ja insgesamt der 12. glaube ich. 7 Jahre. Ja, deswegen ist, ich würde gerne noch ein bisschen mehr ausrasten, aber ich habe das Gefühl danach ist meine Stimme dann weg im Geglichen. Ich kann nur noch Ja, Jonas, du hast viel zu viel rumgeschrien So, warte Lukas, pass auf Ich ziehe jetzt den legendären Ach, schade Das wäre jetzt wieder gewesen Endlevel, Digga Endlevel, Digga Frank mit dem Hammer Let's go Okay, Freunde, also Wir halten fest Tag 2 Wir fühlen uns auf jeden Fall etwas erschöpft Also eine Woche Megavox Let's go Ich habe Max Ich würde mal Megavoxen Keine Ahnung, sowas Aber bei Bigfussen kann man das nicht so gut an Ja, wobei Weiß ich nicht Oh lol, Byron Das war eine Megavoxen Das kannst du aber mal so als Video machen eigentlich Ich habe eine Stunde Und das passiert Das soll ich echt mal machen Aber ich habe echt keinen Bock drauf 7 Ich öffne eine Stunde Megavoxen Und das passiert 24 Stunden Megavoxen Und das passiert Und dann Ich habe mir öffnet 100 Stunden Megavoxen Und das passiert Ich verkauf mein Haus Megavoxen Und das passiert Ich habe Polett Bestimmt Haus refinanziert durch die Opening Kappa So, let's go 7 4 mal 2 Punkte Polett 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 Ich will das Ich habe mir immer noch ziemlich wenig 35 Oh lol Der 13. oder? Kann sein Einfach nur krank Das sind auch die meisten gezogenen Legendären Dann innerhalb eines Videos Auf dem Fall Mhhhhh Den Pressspalt Ich meine Alter Komm einfach Oh lol Oh lol Ich komm einfach mal an Dann Na Rekord für den Du bist hier zu press Schließt Peter Ich habe ja auch noch 15.100 Selbstmobby auf diesem Account So lange im Wasser bleiben Bis ich einen Legendären Brawler ziehe Im eiskalten Wasser Ja stimmt Im eiswasser Im eiswasser Da kann sich Jonas so festhalten Ich kann das gerne auch nehmen Jonas Also vom Ufer aus Haha Ja Ja Oh die Biene Ich habe Sprout gezogen Ich habe die Bohrmeister Oh der zweite mythische Oh Max Toll Gerade ganz wieder extrem Ich muss aber sagen Es gab keine Phase Wo wir nicht wirklich was gezogen haben Das ist echt mega Mega heftig Ja ich auch Das sind halt doch sehr viele Boxen Ja 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 Boah Junge Oh lol Sprout Ey das ist schon anstrengend Das ist echt Es ist wirklich Leute ihr glaubt es vielleicht oder nicht Aber es ist real talk Extrem anstrengend gerade Da würde ich nie meine Mathe-Arbeit schreiben Wie zu anstrengend Boah ne Ich bin lieber 24 Stunden Leber 24 Stunden Mathe-Arbeit schreiben Ja das ist richtig Ok jetzt geht direkt weiter Weide Weide Sechster bleiben sie Gunn Und Byron Let's go Ron Ja die muss halt echt so real talk So sauviel Lava von unserem ausschneiden Ja ja Und Colette Hab ich Titel geändert? Ne aber Thumbnau glaub ich Jonas du weißt schon dass alles drin ist ne Was denn? Ja im Video Ahhhh LOL Hä Hast du gekauft? Ne Ah ja aber es ist schon schafft Jaa Bin nur noch 8 gekauft Ich hab immer noch zu viele Ne 6 of Limbda Und Sprite Ne ich hab 7 Wow 6 of Limbda Und es ist das Terras Also was ich gerade finde dass wir einmal 8 gezogen haben Das ist wie gleich an den Gadgets ne Heftig Ja ich denke wir haben schon viele Gadgets auch weggezogen durch frühere Videos Ja wird noch save neuer Byron Ja so auch Byron, Colette und ähm Ding ist es gezogen Edgar Ah ne ich hab Lou Ja Edgar ist 8 Und Lou auch Ich tipp 45 minuten Schade Ne 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 Da sind ja auch die ganze Zeit Blowery gekommen Jonas Ja ja Da kann man gar nicht so viel rauskarten an sich weil wir die ganze Zeit was ziehen Also ich schätze Gönn dir Jonas Ehre Oh Pieper Nur noch ein Opening Battle vor dem Einschlafen Ja ja Ich hab 7 übrigens gerade so Schatz Ja stimmt das passt voll Jonas Nur noch ein Opening Battle vor dem Einschlafen gehe Nur noch ein Opening Battle vor dem Einschlafen Ja 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 Hey dos Und das ist jetzt no motion Kaffa Hahahaha Rolf Ich hab Scherch Jetzt Und Oh Pieper Bin irgendwie außerhachsum ich weiß nicht warum Was Sokennol Lukas Von Mega Boxen außerhach Ich hab sieben verleimende Genie let's go Ich weniger Oder mehr Bock als sie auch Oh 7 als auf auf und die Leute 2 A sekunden Roll Opening Battles Aber jetzt bin ich echt durch erstmal glaube ich Loll 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 An Ali rein weil er Scheint das ganze vermutlich Und Ali wenn du das ganze nicht schneidest dann müssen wir nochmal drüber sprechen Nicht wahr Ja ich esse Loll 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 MORTially Loll 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 Bombs Loll Freunde, es ist Kevin Gadget, bin von meinem, ne? Oh, Byron! Die Reaktion wird immer schwächer. Ich habe, okay. Einen Jungen. Leute, ich sag euch ehrlich, Mr. Peter, let's go. Let's go! Let's go, Leute, wir schaffen das! Ich bin einfach nur geisteskrank erschöpft gerade. Das ist eigentlich fast noch extremer als im Schnee sich zu legen. Du hast die Frage, ob er vor 10 Stunden 355 pushen und dann 3.000 Megabund. Loll, Jonas, Glückwunsch zu 300.000. Loll! Glückwunsch, Jonas. Ist was Besonderes? Ja, hä? Oh, Mann, Junge. Jonas wird so 100 Jahre alt. Ist das was Besonderes? Ja, Junge. Ihr wisst, so kleine. Ich meine, so ist halt eine Zahl. Also ich habe mich mit 200.000 irgendwie mehr gefreut. Äh? Die 400.000 sind so das krasse bei mir, ich weiß nicht. Ach so, ja, Jonas hat hohe Ansprüche scheinbar. Nein, ich meine... Ach, egal. Ich freue mich auch über 1,07 Millionen oder 1,08 Millionen. Ey, es ist... Ihr wisst. Ah, Sprott. Jetzt halt nicht special genug, die Zahl. Jungs, ich mache jetzt No-Look-Opening. Ich habe ein Gadget. Äh? No-Look? Ich weiß, was du ziehst. Das muss ich gerne kennen. Und? Ja, ich habe es halt gehört. Also... Oh, es ist die Wunderlampe. Ist so... Titel habe ich ja bevor... Wunderlampe gezogen. Bei so einem Video dann einfach so... OMG Wunderlampe gezogen. Ah, Junge. Ich will gerne wissen, wie sowas... Ohne Witz, ich wäre das übel Witz, wenn man einfach mal sowas hochladen würde. Aber es wäre halt lost, kann man nicht machen. Ah, schade. Was meint ihr, wie das trotzdem abgeben? Oh, sieben. Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht so über Dauer... Kein Plan... Ich könnte mich theoretisch vorstellen. Ah, ich denke nicht. Nee, nee, nee. Ich denke auch nicht, nee. Einmal... Pflanzenleben. Irgendwie so OMG Wunderlampe gezogen. Einfach so eineinhalb Stunden, 3.000 Megabuchsen öffnen. Sechs verbleibende. Und... Gut. Meine Laune verbessert sich wieder. Das sind nur 5 Accounts. Ja, Leute. Ich sage es ehrlich. Also wenn ihr so viele Megabuchsen am Stück öffnet, das fühlt sich einfach nicht mehr natürlich an. Das ist einfach ein... Ja, ja. Der natürliche Rhythmus der Megabuchsen wird bei Lukas gestört. Ja. Also es ist wirklich... Oh, Surge. Okay, Leute. Let's go. Next. Gönung. Bitte. Gönnen sie noch mal einen legendären. Jaaaaaaaaaa. Oh no. Oh my god. Ich muss es gerade einmal festhalten. Ich habe 2 und hier habe so 20 gezogen. Ah, das ist nicht mehr. No, Leute. Tigger, ich ziehe halt einfach für real noch mal ein, Leute. Es ist zu wild. Ich weiß noch, im 100 Stunden Stream... Kevin, irgendwann ist man so krank müde und überfordert, dass man einfach so alles witzig findet. Ja, das kenne ich. Ey, beim Funkman alles witzig. Bei diesem Headset. Ach so, ja. das war sehr sehr wild wenn du hast die verkaufs noch frank ok dann schauen wir mal was wir haben als der lukas für alle zeiten seine open die konkurrenz auszuschalten ist alle keinen bock auf open aber ich muss sagen auf neun accounts bock deshalb auch viel mehr weil da kann man halt mehr lag haben ich kann mir aber vorstellen wie krass aber diese jams opening gedauert bei euch muss ja auch die teufel gezogen haben es darf aus dem geld stimmt bei 100.000 jams ja also aufnahme war schon über eine stunde auch das entweder war dann irgendwie so entvideo also 25 30 minuten oder sowas leute heute öffnen wir 100.000 mega box so leute es geht weiter drei und dreißig das ende ist in sicht das ende ist in sicht es ist einfach ein geistens kranker welt rekord ja es ist edgar am nächsten opening will ich bezahlt werden ich frage mich ob es irgendwie so in zehn jahren war auch anschaut was man kommentar da wenn ihr es in zehn jahren schaut mal 10 jahre in den stellen also das video oha voll kaputt 07 wollte sagen nein ich bin nicht diskriminiert ja jonas muss lauter brüllen es war schon das maximus was bei jonas rausgehen müsste es circa der 16 legendäre border gewesen sein eigentlich so 16 er hätte ich echt nicht gedacht ich bin sehr positiv überrascht tatsächlich muss ich sagen um es noch sonst jetzt genau einmal die aufnahmen stoppen dass sie jetzt schon mal gesagt weil ich auch schon überlegt aber eigentlich nicht eigentlich jetzt ja nachher stützt jetzt mein pc ab einfach nicht mehr so krass eskalieren dass keine erschütterung oder so sechs verbleibende es ist die schattenspiel uhr ich habe eine schattenspiel uhr gezogen ja vor allem das macht gar keinen sinn das sind einfach so drei schatten viecher die da so spawnen was ist das für eine spiel uhr ich hatte echt allerdings die viecher bb bb ich habe zwei brawler und ich habe toll ich dachte ich hatte ja genau diese rotieren max denke ich mal so freunde wir sind beim letzten account angelangt bei jedem von uns 35 accounts insgesamt 105 accounts sind jetzt kurz davor die 3000 megabox marke zu durchbrechen ich würde sagen let's go starten rein wer hat der exilie mag oha alter let's go ich habe direkt colette krass aber ich will jetzt mal zweimal oder acht verbleiben oder sowas krass ich glaube mir mal kevin hat alleine durch legendäre brawler 70 punkte oder so bekommen ja insgesamt sind überhaupt bei der über 200 oder 300 punkte das ist echt total leute also so eine hohe punkte skala habt ihr wahrscheinlich schon nie in euer leben gesehen wenn du so punkte so insgesamt so 1000 punkte ja das ist einfach nur krank leute auf jeden fall jetzt wird echt einfach nur 10 10 würde perfekt sie mit einem einzigen 10 übrigens also meine schätzung ist auf jeden fall dass kevin und abstand vorne liegt dann ja ja jonas aber ich bin echt mal gespannt ich habe als wir keine legendäre zu was hätte trotzdem dann dass ich glaube nicht ehrlich gesagt ich glaube ich bin letzter leider leute wenn ihr jetzt noch da seid was sollen jetzt in die kommentare stellen oder wenn ihr jetzt noch da seid dann schreibt ihr rein hashtag ich bin ein ehren megabox genau ja ja das ist gut dass wir jetzt die freunde jetzt kaufeln von meinem ja nein dann letzte megabox ja 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 ich habe nur noch zwei millionen oberen gott leute sind jetzt sieben verbleiben aber lol der vorletzte oha ein moment arbeit und genie noch mal ist okay und neue die megabox letzte megabox 3000 mal megabox let's go fünf wir haben alle fünf ja leute ich würde sagen geisteskrank wirklich lasst unbedingt noch mal leichter für dieses heftige video checkt unbedingt kevin und jonas ab noch mal großes dankeschön von mir an euch dass ihr mitgemacht habt eine stunde 53 minuten leute haben jetzt durchgehend wirklich die ganze zeit megaboxen geöffnet ja über 4000 euro ausgegeben er ist wirklich absolut heftig leute wirklich hoffen natürlich ihr supporte das video teilt es mit euren freunden und ja sagen wir sehen uns und tschau tschau